Hallo zusammen, das ist das Internet aus der Dose. Das ist ein goldiger Schild Crote-Käfer. Und jetzt musst du schauen, wie er seine Farbe von Gold auf Rot wechselt. Also wir kommen nicht ganz daraus, was da passiert, aber es sieht noch recht interessant aus. Musik 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 Und das ist der Wolfi, wie er Heimat-Schnaps trinkt. Heimat ist immer noch unser einziger Sponsor. Mmmh. In China gibt es einen Lift, der versucht, die Leute Hirn zu waschen. Danke. Do you love me, too? No? Oh, no! Das ist das Ende des Videos. Ich hoffe, es hat euch wirklich gefallen und dass wir uns bald wieder sehen. Bis dann!